Ich will da nicht andeuten, dass er spinnig, aber du bist zu langsam, 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 ha ha! Und jetzt stirb, stirb, stirb! Ähm... Spinn... Yay! Waaaas? Heuleut, was geht denn schon, dass Du wieder eingeschossen? Heute sag ich mir mal den UHC-Modus im Singleplayer haben könnt, Damit man es noch schwerer hat, als auf dem Hardcore-Modus. Yay! Ja, ich weiß, es seh immer noch aus wie Steve, aber ich kann das nicht ändern. Weil das nicht geht, wenn mein Spiel dann crasht. Hat einfach noch einer das Problem, oder könnt ihr vielleicht den Ficks? Und ja, hilft mir raus! Ich bin hässlich! Aber jetzt fragt ihr euch sicher! Oh Leute, was fügt dieser Modus dann überhaupt noch hinzu, wenn es schon Hardcore gibt? Kann ich damit überhaupt noch irgendwas anfangen? Ja, ja, das könnt ihr. Wenn ihr einfach mal Überlebenskünstler seid und nicht sagt nochmal Scheiß, Deswegen habe ich auch die unglaublich unschlagbaren Super-Mube-Äpfel! Von Airman. Keiner macht mich mehr an. Dieses Addon fügt oder anderen nicht auch hinzu, dass wir nämlich böse oder auch gute Mods... Mods vor allem, weil du ein Mod bist. Dass wir böse oder auch gute Mobs nicht mehr mit der Hand schlagen können. Bäm! 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 Stürb... Mann, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt eine Ziegeltreppe nehme? Stürb mit einer Ziegeltreppe! Stürb mit einer Ziegeltreppe! Ich kann dich nicht mit einer Ziegeltreppe erschlagen, Alter! Was bist du? Und jetzt machen wir das Ganze noch mit dem Schwert! Bäm! One hit, one kill, no luck, just kill! Nice! Keep the apple a day, do the doctor away! Oder wie der Spruch immer geht. Ja, ich auch scheißegal. Slash! Time! Set! Night! Mwahaha! Dimm, 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 dimm! Monster! Dimm, 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 dimm! Monster! Dimm, 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 dimm! Dimm, 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 dimm! Mo... Monster? Hallo? Na, ihr... Oh, der kommt am früh an und... Wir müssen natürlich immer wechseln. Wow! Was? Das ist viel höherer Explosionsrates, oder? Und was kannst du so besonderes? Äh... Ich glaub, das Ding hat mir... What? Wie viel Leben hat der? Guck mal! Io! Ich hab'n Tier erschwert! Was willst du, Alter? What? Overkill! Bäm! Das Ding ist immer noch nicht tot. Stirb! Nice! Wir haben's gedötet! Oh, jetzt fragen sich einige... Ja! Online! Online! Wieso kann ich jetzt kein Vlog und dann ist ein Gaming? Das liegt einfach daran, weil ich keine Zeit dafür ein Vlog, weil ich gehe auch arbeiten und mit Gaming gerade Spaß gemacht habe. Oh, nach uns geht! Hallo! Oh, Kacke! Bam, 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 bam! Bam, 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 bam! Bam, 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 bam! Bam, bam, bam! Bam! Yo, wahrscheinlich! Ich will ja nicht andeuten, es ist ja spinnig, aber du bist zu langsam, du bist so 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 langsam! Ha ha! Und jetzt stürm! 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 Ähm... Spinnen! Yay! Was?! Das ist die Rache des Ordnersts, die Rache des Ordnersts, die Rache des Ordnersts! Im Doppelpack! Ich rack euch beide! Ich rack euch beide! Ich zeig's euch! Okay, vielleicht auch nicht. Hilfe! Der Moment, nachdem er mit OP-Äppeln am Verlieren ist! Oh mein Gott! Also ihr merkt vielleicht, dass Addon das nicht gerade wirklich das größte Addon, aber es macht ne Menge Spaß damit, einfach mal zu kämpfen, denn endlich werden mal die Mobs so schwer, dass sie mal zu wichtigen Spieler werden könnten! Vom Schwierigkeitsgrad her, es wird endlich mal so ein 1 vs. 1. Vielleicht so ein 1 vs. 1 gegen Spinnen ab demnächst! Uh! Ein einfacher Zombie! Na, mach's! Ich hab gar nicht, die sollen doppelt schauen! Jau! Die ziehen ja richtig ordentlich! Des Weiteren habe ich übrigens gesehen, dass meine Kommission ja mal mega inaktiv geworden ist! Deswegen würde ich einfach mal sagen, shared dieses Video mit allen euren Freunden! Und auf Social Media! Und betweetet es, wenn es auf Twitter hochkommt! Und schickt den Link auf YouTube weiter! Und daher auch die Frage, warum seid ihr so inaktiv? Gab's so was, was ich nicht mitbekommen hab, was YouTube-Deutscher komplett verändert hat? Oder 23? Wir ficken Spinnen! Ja, das macht mir doch so viel Spaß! Wow! Der wird aggressiver Fick! Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Pfff! I'm burning on fire! Ich helf dir! I'm burning on fire! Woo! Ich würde auf jeden Fall mal sagen, das war's mit diesem Video! Wenn's euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall mal einen Like da und verteilt das Video an eure Freunde per Raffaelos! Wow! Den Download-Link zu dem ganzen Film wie immer unten in der Beschreibung! Und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr demnächst noch so auf dem Kanal an Gaming sehen wollt! Und auch was ihr an Vlogs sehen wollt! Könnt ihr euch natürlich dann aussuchen! Ähm, beides wäre ganz nett! Und ich würde gerne mal von euch wissen, wie ihr das findet, dass ich beides bringe! Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal! Bis dann! Auf jeden Fall! Bis dann! Auf jeden Fall! KRAFTIGES! TCHAU!